Auf dem Parkgelände der B&O-Gruppe in Bad Aiblingen werden zurzeit drei Wohngebäude errichtet. Diese Forschungshäuser entstehen in Zusammenarbeit mit der Forschungsgruppe Einfach Bauen an der TU München. Die Strategie Einfach Bauen hat das Ziel, die Komplexität beim Bauen zu reduzieren. Dazu werden die Mittel der Architektur eingesetzt, um Gebäude zu entwerfen, die von sich aus wenig Heizenergie verbrauchen und sich im Sommer nicht zu stark erwärmen. Techniksysteme für Lüftung und Kühlung können dadurch entfallen. Die Außenwände der drei Forschungshäuser sind als einschalige Massivkonstruktion aus den Materialien Holz, Ziegelmauerwerk und Infraleichtbeton gebaut. Die Erfahrungen aus dem Bauprozess werden in einem Leitfaden zusammengefasst und der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Für die Bewertung der Strategie Einfach Bauen werden in den Forschungshäusern der thermische Raumkomfort und der Energieverbrauch gemessen. Die Ergebnisse sollen zeigen, wie robust Gebäude sind hinsichtlich Veränderungen wie dem Wetter oder dem Nutzerverhalten.